So, als allererstes wollen wir erst einmal... ...Disch kaputt machen. So, Toxinsamen ist ein bisschen doof, vor allem wenn es noch ein Golbert kommt, dann machen wir mal folgendes. Ne, aber es kann sein, dass ich mich gleich durchschalten muss. Insofern seid ihr jetzt schon mal kurzzeitig gewarnt. Da, 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 da... Dieses Kolbert stirbt jetzt und dann habe ich es wieder hier gewonnen, talala... ...Beutel, dann wollen wir nochmal gucken. Ähm, da muss ich gehen. Ach, Mann, jetzt geht nicht so. Nee, ist zum Kotzen, dass es nicht geht. Wir leben im Hyper... Hab ich hier noch ein Gegengift? Ich wollte gerade sagen, aber ganz stumpig. Ich hab ein Gegengift, aber noch. Aber ich hab keinen Super-Hertrank mehr, ne? Nee. Dann nimmst du einfach einen Hyper-Hertrank. Hier haben wir genug. Ich hab ja Vorräte geholt. Hm. Kling-plim. Na, was könnte daraus entstehen bald? Hm. Pallim, pallim. Das ist ein ganz unverständliches Pokémon, so ohne Witz. Hier geht's raus. Oh, ich bin hier, okay. Da geht's wieder rein. Da geht's hoch. Ich geh mal hier hoch. Wobei ich aber ja hier hoch muss, ne? Also, aus der Logik auszugehen, muss ich halt da hoch. Da ist die Spitze vom Kraterberg. Oh, ich bin hier. Lass mich da hoch. Aber wie komm ich denn da hoch? Musik Fläche von hier? Hm. Lass mich in Ruhe, du dreckste Ding. Wir begnügen uns noch später in der Liga irgendwann. Aber nicht hier. Gut, der wirkt aber jetzt wieder. Dann gehen wir erstmal hier rum. Dann komme ich her. Was, wenn ich denn hier hochgehe? Bin ich hier? Ach, hier bin ich dann, okay. Das ist ein Sternstück. Hier geht es aber auch nicht wirklich weiter, okay. Das heißt, ich habe noch zwei Hüllen zum Gucken. Gehen wir erstmal in die schauen. Ah, okay. Hier bin ich. Nervt nicht. Glauben, habe ich da nicht Kaskade? Habe ich Kaskade? Ich hoffe, ich brauche es nicht. Ich habe keine Kaskade. Hm. Dann gibt es da logischerweise nur noch einen Weg. Und wenn es da auch nicht weitergehen sollte... Halt mal, ich kriege Kaskade noch gar nicht. Ich kriege noch keine Kaskade. Das ist schon richtig. Ich bin hier richtig. Komm, schau auf die Büsche. Geht ja schneller. Na, jetzt auch wir nicht. Kaskade kriege ich erst nach der 8. Arena, soweit ich weiß. Oder war das Whirlpool? Gibt es hier Whirlpool? Gibt es hier noch Taucher? Nee, Kaskade kriege ich nach der 8. Orden. Das heißt... Ich bin hier richtig. Auch weil ich hier gegen die Galaktikdeppen angetreten bin. Ich bin hier richtig gewesen. Das heißt, ich muss dann in die andere Höhle reingehen. Na, okay. Ja, Topschuss angemacht. Zwei Schritte. Pokémon kommt. Na, merkst du was? Na, dieses Grinsen geht auch ganz genau. Ich tue gleich mein Pokémon von Spitze runternehmen, weißt du das? Ja, definitiv. Ich hab keinen Bock mehr darauf. Oh, ich hasse dieses Vieh. Ich hasse es. So, was kommt nach vorne? Du bist dran, Eldard. Ja, wir fühlen sich sollten sie ja wohl nicht sein. Oh, geht's da irgendwie? Da geht's auch noch irgendwie weiter, ne? Kurz gucken. Ach nee, geht's nur hier hin? Wahrscheinlich ein Item. Ja. Ich könnte nur runtergehen, aber runter macht keinen Sinn. Ich geh mal hier vorne in die Höhle rein. Und dann mal gucken. Ja, okay, wir haben auch oben... Oh, diesen hat er euch vermisst. Aber trotzdem, nein! Nein! Hier ist richtig. Na, du? Ja, 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 du? Hm, Golbert gegen Eldard. Ich glaub, Golbert hat voll verschissen. Hm, mach ich den kaputt. Hm, Surfer. Haha. Vorher kann ich auch nicht mit Toxin träumen, weil ich steil bin. Puh, ja, mach ruhig sowas. Ich hab nicht vor gehabt zu wechseln. Ich hab ja auch gzw. So, um 1920x19 können wir uns aber nicht mehr treuen, weil wir jetzt Level 40 sind. So, das heißt, wir müssen hier runter. Und dann... Ja, aber ruhig verwöhnen, dass mir gar nichts gegen Eddard... ...weil er nämlich keine Statusveränderungsattacke hat! Oder allgemein irgendeine Attacke, die keinen Schaden macht. Hey, du, dein Volltreffer! Ah, Charmian... Hm, ja doch... Kratos ist eigentlich hoch genug erstmal, den Romanis zu leveln. Du kannst mir auch nicht wirklich viel tun. Außer mit sowas, da hast du einen festen Angriffswert. Noch ein Kramworks im Schluss. Oh, why not! In Waltz! Töntige Nachtnebel, geh mir auf den Keks. So, einmal heilen. 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 Hmm Hier geht's noch mal rein Okay, das sieht schon wieder gut aus Also hängen die Rüppel doch nicht immer da, wo es wirklich weitergeht Das ist ja toll Weil hier auch wieder einer rumhängt Aber stopp, hier bin ich richtig, hier geht's nämlich ziemlich weit nach oben Auch mit der Tatsache, dass ich momentan ein bisschen müde bin Und weil so viele Trainer hier rumhängen und weil ich nicht ganz genau weiß, wo es lang ging Werden wir wohl das grande Finale mit Team Galactica erst in den nächsten Parts sehen Das heißt rein theoretisch Wenn ich in den 5 Minuten jetzt nicht am Finale ankommen sollte Dann könnte ich rein theoretisch den Kraterberg mal nutzen, um ein bisschen zu hoch zu trainieren Ein bisschen Wollen wir mal schauen, wo ich jetzt gleich landende Wollen wir mal schauen, wo ich jetzt gleich landende Was ist Zuschuss eigentlich für eine Attacke? Ich verstehe dich nicht so wirklich Gut, ich hätte Al Golbat gerne mit Kämpfen mit Addert, aber aufgrund der Verwirrung, äh, nee, besser nicht Und so wollen wir schauen Und so wollen wir auch schauen Beziehungsvolle Das ist eine intelligente Idee, ein Elektroprogramm in einer Flugattack anzugreifen. Nein, das ist dämlich. Da oben ist wohl die Spitze. Und wir haben nur noch zweieinhalb Minuten. Jejejeje, wie viele Pokémon hast du? Oh Gott, das kann dauern. Aber die Zuschauer wollen nicht, dass es dauert. Die wollen das Gräune Finale sehen. Ich habe echt so das Gefühl, wir werden das Gräune Finale nicht mehr diesen Part erreichen. Das heißt, wir bleiben kurz davor stehen. Und die Bunkel haben wir mit Kartos kaputt. Komm, machen wir schnell. Ein Kramrocks? Das ist die Soo. Dann machen wir es jetzt. Zumalgo! just das Sand So, ja, da ist wohl das graune Finale, Leute. Und der Pall ist in 30 Sekunden vorbei. Wenn ich jetzt da reingehe, weiß ich ganz genau, was passieren wird. Dialog, 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 Doppelkampf, Dialog, 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 Hallo Zerrwelt und ein Ende bei 27 Minuten. Nee, natürlich nicht. Deswegen machen wir hier schon Schluss, Leute. Ich guck mal, ob ich vor dem Kampflings ein bisschen trainiere. Mal so gucken. Ich sag mal ganz, ganz vorsichtig, vielleicht unsere drei Leutchen hier so aus auf Welt 40 zu bekommen. Dann sind wir hier in den Halbwegs auf Teamniveau. Ich guck mal, ob ich es hinbekomme. Also geht mal nicht davon aus, dass nächste Woche vielleicht Pokémon kommen wird. Es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen viel trainieren werde und jetzt auch nicht allzu viel Zeit in einem Tag mit verbringen werde. Also nicht so von wegen fünf Stunden und durch. Sondern, weil ich nicht allzu viel Zeit habe, mal so eine halbe Stunde da, ein Stündchen hier und so. Deswegen kann es sein, dass nächste Woche kein Pokémon kommt. Verlasse ich einfach nicht drauf. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sind es dann hier ungefähr wieder. Beim nächsten Mal mit ein bisschen hoch trainierterem Pokémon. Und dann würde ich sagen, ja, bis dahin. Tschüss. Musik 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 Musik